Hallo Leute und willkommen zurück zu Call of Duty Classics. Ja, in der letzten Folge war es ein bisschen desaströs. Wir haben versucht vom Flughafen zu entkommen, was uns leider nicht gelungen ist. Ich hoffe, das wird in dieser Folge anders. Ich war so frei und habe ein bisschen vorgespielt, weil da... Ich sage mal so, ich habe mich nochmal reingespielt, zum Fall des Falles, dass ich nochmal sterben sollte. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen vorgespielt. Ich habe quasi, soweit es ging, das Flugfeld schon hinter mich gebracht, in Anführungszeichen. Bis zu dem, weil in der letzten Folge waren wir ja quasi schon im Fluchtflugzeug, bevor wir gestorben sind. Nur diesmal habe ich quasi bis zu dem Zeitpunkt gespielt, als ich wieder zurück in den Last gehen musste. Ich hoffe, dass es reicht. Wenn nicht, muss ich es nochmal machen. Aber jetzt habe ich in etwa eine Technik, wie es schneller funktioniert. Ja, euch viel Spaß. Wir legen los. Zurück in den Lastwagen. Unser Flieger ist bereit. Da sind sie, das ist unser Flieger. Ach, was für ein Arzt. Juhu. Wie, das war es schon? Oh, jetzt werde ich mir einen Kopf reimen. Na, okay. Dadurch kommen wir wenigstens direkt in das nächste Level. Na ja, ich habe gedacht, es würde jetzt noch länger gehen, aber okay. Schade. Na ja, macht nichts. Kommt vor. Bladidadidadadada. Weiter geht's. Okay, wir sind auf See. Bitte sagt mir nicht, dass wir auf dieses Kriegsschiff müssen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Warten Sie hier. Oh, Maßzeit. Okay, wir sind bereit. Evans, Sie gehen mit mir unter Deck und suchen die Waffenkammer. Dann machen wir die Motoren unbrauchbar. Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Reden, bis Ihr Deutsch besser ist. Woters, Sie bleiben hier. Halten Sie sich jederzeit abmarschbereit. Wir müssen auf ein Kriegsschiff. Wir müssen auf ein Kriegsschiff. Erlaubnis erteilt. Okay. Okay. Ich schätze mal, ich muss ihm folgen. Wow. 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 Seht euch das an, Leute. Heftig groß das Teil, ne? So war das damals. Ja, ja. Und diese Kanonen. Und diese Kanonen. Meine Fresse. Ja, ja. Wenn es um das Zerstören geht, werden die Menschen kreativ. Durch diesen Hangar sollten wir nach unten kommen. Nichts wie rein. Oder? Gut, ne? Wow. Wow. Und jetzt auf einmal. Wow. Hopps, hier steht jemand. Er sagt, er habe Papiere. Nehmen Sie eine Waffe und Sprengsätze schnell. Die Dampfkessel sind entlang dieses Korridors. Platzieren Sie die Sprengsätze im Vorbeigehen. Hier wimmelt es gleich vor Kautz. Voilà. Nicht hier. Manche Level sind schwer, manche sind einfach und im Maul. Ey, wehe. Wehe, du hängst dich auf. Ich schwör's. Wow. Oh. 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 Lalalalalala Ich drehe mich im kreis Hier muss ich noch Hallo? Mist! Hehe Hier geht's raus Hier geht's Heilige Scheiße Ich hab's jetzt alle angebracht? Ja Nein Jetzt aber Ich muss doch wieder nach oben Wow Mist! Mann, ich bin auf einem scheiß Kriegschiff Fuck! Ich hätte nicht wissen müssen Verdammt! Wo schießt der? Ja Nein! Na ja! Ja Verdammt! Rechts und links Kommt's Und keine einzige Verdeckungsmöglichkeit Scheiße, Mann! Oh Einmal tief durchatmen Ganz ruhig Woah! 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 Verdammt! Verdammt! Von wo schießt der, Mann? Meine Fresse! Meine Fresse! Nein! Nein! Ah, Mist! Nein! 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 Wehe dir! Wow! Ich will hier weg! Eureka! Eureka! Okay! Ich schätze manchmal warum Meine Güte! Wo bin ich hier? Verdammt! Verdammt! Oh! 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 Schon wieder hier! Oh! Oh, Mann! Leute! Wirklich! Langsam macht das echt keinen Spaß mehr! Und es hängt und ruckelt und hängt und ruckelt und schon wieder kein Ton, Mann! Wieder kein Ton! Der kann dir nicht einen Ton! Eureka! undontinue! Eureka! 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 es hängt jetzt wahrscheinlich voll nach, ich habe keine Ahnung natürlich hängt es nach, sehr viel sogar also irgendwie meint es nicht gut mit mir, es tut mir leid und hübs wow 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 okay Leute ich glaube das will heute nichts mehr jetzt habe ich das eine Übel hinter mir kommt das nächste Übel AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH okay Leute das war's fix an alle ich hoffe es hat euch trotz